Hallo und herzlich willkommen. Der Ukraine-Krieg jährt sich nun zum ersten Mal und sein Ende ist alles andere als absehbar. Auch wenn eine Endabrechnung erst zum Schluss gemacht wird, so können erste Schlüsse doch bereits gezogen werden, was man aus diesem Krieg lernen kann und wahrscheinlich lernen muss. In diesem Video stelle ich Ihnen vor, was ich glaube, was der Westen, seine Politik, Industrie und seine Streitkräfte bislang aus diesem Krieg lernen können, müssen sowie was schon gelernt wird, im Besonderen durch China. Dieses Video wird wieder möglich gemacht durch den Sponsor CyberGhost VPN, den Sie ja schon von unserem Kanal kennen, doch dazu später mehr. Wir wollen die Lehren, die sich bislang ziehen lassen, in drei grobe Kategorien einteilen, politisch, militärisch und industriell, wobei sich militärisch und industriell massiv überschneiden und daher eine genaue Trennung nicht so einfach möglich ist. Fangen wir mit den politischen Lehren an. Die Naivität, dass ein Ende der Geschichte frei nach Francis Fukuyama eingetroffen sei und Krieg eine Geschichte der Vergangenheit sei, wurde gründlich zerstört. Russlands Angriff zeigt, dass auch im 21. Jahrhundert Angriffskriege eine realistische Möglichkeit bleiben und auch wenn es das Credo war, Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr mit Gewalt zu verschieben, so zeigt der aktuelle Krieg doch ganz klar deutlich, dass Angriffskriege zur territorialen Erweiterung weiterhin eine realistische Option sind. Internationale Verträge, die solche Angriffe verhindern sollen, sind das Papier nur wert, wenn sie durch Kanonen geschützt werden. Schließlich hatte Russland die territoriale Integrität der Ukraine inklusive der Krim im Budapester Memorandum völkerrechtlich bindend anerkannt. Hardpower ist weiterhin essentiell in der Politik, vor allem auch in Europa, wo man glaubte, dies sei überwunden. Hier die in Westeuropa verbreitete Utopie, dass man alles mit Softpower, also ein paar freundlichen Worten, Wirtschaftsbeziehungen und Entwicklungshilfe lösen könne, hat sich in Luft aufgelöst. Allianzen sind wichtiger denn je. Neutralität ist ein Luxus, dessen Illusion sich nur wenige ausgesuchte Staaten erlauben können. Finnland und Schweden ziehen direkt daraus bereits die Konsequenz. Politischen Aussagen sollte geglaubt werden. Hitler hatte einen Großteil seiner Taten lange vorher angekündigt. Auch Putin hat das. Im Juli 2021 schrieb er, wahre Souveränität ist der Ukraine nur möglich in Partnerschaft mit Russland. Tage vor der Invasion nannte er die Ukraine einen unverzichtbaren Teil der russischen Geschichte, Kultur und Geisteswelt. Er sprach der Ukraine immer wieder das Existenzrecht ab, bevor er einmarschierte. Auch Xi Jinping und die CCP, die Kommunistische Partei Chinas, lassen keine Illusionen offen, was sie mit Taiwan und seinen Bürgern vorhaben. Das muss man künftig wirklich ernst nehmen. Gleichzeitig hat Putin die möglichen Gegenreaktionen nicht erwartet. Ansonsten wäre nicht so viel Geld eingefroren worden. Man muss also frühzeitig und deutlich erklären, was die Reaktionen auf eine militärische Aggression sein werden, die man abschrecken will. Frühzeitig erkennen und adressieren muss man auch Bedrohungen im Internet. Beispielsweise durch das Verschleiern der eigenen IP mit einem VPN. Und das ist jetzt die elegante Überleitung zum Werbeblock mit dem heutigen Sponsor CyberGhost VPN. CyberGhost ist einer der weltweit führenden VPN-Anbieter mit mehr als 38 Millionen Nutzern und hat bei Trustpilot eine Bewertung von hervorragenden 4,4 bei fast 16.000 abgegebenen Stimmen. Als VPN verbirgt es die IP-Adresse und erlaubt gleichzeitig, sich mit über 8.000 Servern in 91 Ländern einzuloggen. Damit lassen sich nicht nur mehr als 35 Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus und BBC iPlayer nutzen. Auch die Formel 1 kann man sich gratis auf der ORF ansehen, indem man seinen Standort einfach mit zwei Klicks nach Österreich verlegt. Aus Panama kann ich dank CyberGhost VPN auch Military Land aufrufen, die eine wichtige Seite für den Ukraine-Krieg sind und wichtige Karten dabei zur Verfügung stellen. Normalerweise blocken die allerdings IP-Adressen aus Panama. CyberGhost VPN verschlüsselt die Daten und man kann es privat wie auch geschäftlich nutzen. Was sie dabei im Internet anstellen, weiß keiner auch nicht, CyberGhost VPN, da die Internetdaten der Kunden wegen der strikten No-Logs-Policy nicht gespeichert werden. Das VPN ist dabei ohne Vorkenntnisse zu bedienen, weil es sehr einfach zu nutzen ist und Programme für Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Spielekonsolen wie auch für Linux zur Verfügung stellt. Man kann es dabei gleichzeitig auf sieben Endgeräten nutzen, darf den Zugang dabei auch mit Freunden und der Familie teilen, das wird sogar explizit erlaubt. Wenn Sie doch mal Probleme haben sollten, so ist das Support 24-7, also rund um die Uhr, sieben Tage die Woche online und hilft Ihnen natürlich auch auf Deutsch. Wenn Sie jetzt über den Link in der Beschreibung einen 24-Monats-Vertrag abschließen, so erhalten Sie 83% Rabatt, was die VPN-Gebühren auf nur noch 2,03 Euro im Monat senkt. Anschließend gibt es dann noch mal vier Monate obendrauf, im Ganzen also 28 Monate. Gleichzeitig haben Sie noch 45 Tage Rücktrittsrecht und damit kein Risiko. Doch zurück zum eigentlichen Thema des Videos. Sanktionen sind offensichtlich nicht ohne weiteres in der Lage, eine Aggression im Keim zu ersticken oder den Aggressor eines Besseren zu belehren. Das müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach anerkennen. Einmal im Krieg ist ein Zurückweichen gerade für eine autokratische Führung oft kostspieliger als den Sieg zu versuchen. Gleichzeitig muss klar sein, dass die Sanktionen in Russland aktuell nicht einmal im Ansatz den Eindruck erwecken, als würden sie zu einem Umsturz führen, als würden sie Putin beseitigen. Sanktionen auch in dieser Größenordnung können also in Bezug auf eine Autokratie nicht die ernsthafte Hoffnung erzeugen, für einen zeitnahen Richtungswechsel zu sorgen. Weder durch einen Regierungswechsel, also einen Austausch der Regierung, noch aus Angst davor. Das heißt, die Regierung wechselt ihre Politik, weil sie Angst hat, beseitigt zu werden. Nichts davon lässt sich durch Sanktionen allzu zeitnah erhoffen. Sanktionen müssen also künftig härter werden, was nur mit einer langen Vorbereitungszeit gehen wird. Gerade in Bezug auf China muss daher eine große Allianz geschmiedet werden mit Partnern, die sich an Sanktionen beteiligen werden, bevor diese Allianz überhaupt nötig ist. Das heißt, schon jetzt wird man darüber reden müssen mit Staaten, die man in einer künftigen Sanktionsallianz haben will, unter welchen Bedingungen sie sich beteiligen werden. China selbst lernt bereits daraus und bereitet sich darauf vor. So hat China mehrere seiner Staatsunternehmen bereits von der US-Börse geholt und das Volumen seiner Staatsanleihen, der US-Staatsanleihen, die in chinesischem Besitz sind, drastisch verringert. So waren jetzt zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, weniger als eine Billion US-Dollar in Händen der chinesischen Regierung. Parteimitglieder dürfen inzwischen keine Bankkonten mehr in Fremdwährungen unterhalten und auch Grundbesitz im Ausland ist ihnen inzwischen verboten, um so das Land resilienter für Sanktionen zu machen. Wenn es sanktioniert wird, können also die so wichtigen Parteimitglieder verlieren persönlich nichts mehr, weil sie nichts im Ausland haben. China arbeitet darüber hinaus auch an einem digitalen Yuan, um seine Dollarabhängigkeit zu verringern. Die Hoffnung, dass der Westen als strahlendes Vorbild den Rest der Welt mitziehen würde, war ebenfalls vergeblich. Da kommen wir zur nächsten Lektion. Der Westen hat, und das muss man klar eingestehen, seine politische Strahlkraft wohl deutlich überschätzt. Wichtige Staaten des sogenannten globalen Südens haben sich zwar an politischen Verurteilungen beteiligt, als es aber um ihren Wohlstand ging oder um ihre politischen Interessen ging, haben sie sich im Zweifelsfall immer für die unmittelbaren eigenen Interessen entschieden, nicht für die Moral. Selbst viele nicht-westliche pluralistische Demokratien, wie die in Südamerika, in Afrika oder in Asien, haben vielleicht in der UN gegen Russland gestimmt. Wenn es aber um sie selbst ging, dann haben sie sich an den Sanktionen nicht beteiligt. Dank der Beteiligung von EU, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Taiwan und Südkorea hat noch immer ein Großteil der weltweiten Wirtschaftsleistung Russland sanktioniert, aber weder ein Großteil der weltweiten Staaten noch ein Großteil der weltweiten Bevölkerung. Das Ausbleiben einer geschlossenen weltweiten Reaktion wird auch bei künftigen Konflikten zu erwarten sein, was in Bezug auf China Sorgen bereiten sollte und Vorbereitungen verlangt. Eine weitere Lehre wird wohl sein, dass Europas Rolle in der Welt sinken wird. Europa wird vermutlich die nächsten Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte, eine schrumpfende Rolle weltweit spielen. Wenn Russland siegt, muss es seine Verteidigung verstärken, es muss massiv sein Militär verstärken. Dafür wird es entweder neue Steuern, neue Schulden schaffen müssen oder aber es wird die Sozialleistung verringern. Das eine schadet der Wirtschaft, das andere erzeugt massive Unruhen im Inland. Wenn die Ukraine siegt, muss sie anschließend wieder aufgebaut werden und das ist vor allem im europäischen Interesse, weil Europa ja sehr nah ist. Die USA ist es nicht das Allerwichtigste, wie aufgebaut die Ukraine ist. Ob die finanziellen Mittel, die Güter, die von Russland konfisziert wurden, dafür ausreichen, um für diesen Aufbau zu bezahlen, dürfte mehr als fraglich sein. Wenn sie also nicht ausreichen, dann wird Europa wesentlich für den Aufbau bezahlen müssen. Eine siegreiche Ukraine muss darüber hinaus auch militärisch gestärkt werden, um auch langfristig gegenüber einem revanchistischen Russland bestehen zu können. Der europäische Einfluss in Asien sollte also erwartungsgemäß sinken. Was China natürlich begünstigt. So Ausflüge wie kürzlich, dass die Bundeswehr Kampfflugzeuge nach Ostasien schickt, um dort Präsenz zu zeigen und damit zu zeigen, dass man im Falle eines großen globalen Konfliktes auch vor Ort sein könnte. Das wird weniger realistisch sein in der Zukunft. Die weitere Lektion ist, dass Kernwaffen nach wie vor eine sehr wichtige Rolle spielen. Ohne die russischen Drohungen mit Kernwaffen gäbe es nicht im Ansatz zu viele Einschränkungen für die Ukraine, was den Einsatz der an sie gelieferten Waffen angeht. Gleichzeitig hätte sie auch viel mehr Hilfe und viel schneller erhalten. So unwahrscheinlich der Einsatz russischer Kernwaffen auch sein mag. Auch wenn der letzte Einsatz 1945 erfolgt ist, so ist alleine die Drohung eines Einsatzes weiterhin effektiv. Hätte Russland keine Kernwaffen, so wäre die Hilfe schneller und umfangreicher gekommen. Westliches Einschreiten wäre wahrscheinlicher gewesen, also direkt mit westlichen Truppen in diesen Konflikt einzugreifen. Dass eine Nuklearmacht wegen ihres nuklearen Schutzschirms einen Eroberungskrieg beginnen kann, ist dabei ein Tabubruch, der extrem gefährlich ist. Dass die Ukraine ihre Kernwaffen abgegeben hat und wozu das führte, ist eine Lektion, die man weltweit lernen wird. Nordkorea wird seine nie wieder abgeben. Iran wird seine so schnell wie möglich erlangen wollen. Andere Länder werden nun deutlich ernsthafter eine nukleare Bewaffnung in Betracht ziehen. Was die weltweite Politik angeht, ist nicht nur die Lektion darin bestehen oder eine Folge dessen, nicht nur, dass Finnland und Schweden auf dem Weg in die Nazo sind, sondern dass eine andere Großmacht zurück auf der Weltbühne erscheint, nämlich Japan. Die liberal-demokratische Partei in Japan hat schon seit vielen Jahren unter dem verstorbenen, ermordeten Shinzo Abe versucht, die Verfassung neu zu interpretieren, um die Verteidigungspolitik in Japan zu normalisieren. Unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges ist dies nun auf den Weg gebracht. Japan wird künftig das drittgrößte Verteidigungsbudget weltweit haben. Sein Militär wird dabei auch schlagkräftige Waffen mit großer Reichweite erhalten. Alles eine massive Abkehr von der Vergangenheit. Eine weitere Lehre in Bezug auf die USA und die NATO ist, dass die USA ihren NATO-Partner zwingen müssen, wieder in ihre Verteidigung zu investieren. Während die EU ein größeres Bruttoinlandsprodukt hat als die USA, ist ihre Fähigkeit zur militärischen Hilfe der Ukraine kaum relevant im Vergleich. Der Großteil der NATO hat sich nach dem Kalten Krieg als Trittbrettfahrer der USA betätigt und seine eigene Verteidigungsfähigkeit völlig erodieren lassen. Ohne eine Beteiligung der USA in der Unterstützung der Ukraine wäre der Krieg vermutlich bereits entschieden, weil all die anderen NATO-Staaten, trotz nominell sogar mehr Soldaten, nicht einmal im Ansatz eine vergleichbare Menge an materieller Hilfe leisten könnten. Sofern die europäischen NATO-Staaten dies nicht tatsächlich als Weckruf sehen, diesen Krieg, werden die USA einen Weg finden müssen, ihre europäischen Partner zu einer angemessenen Beteiligung an der Verteidigung zu animieren. Europa muss stark genug sein, sich selbst zu verteidigen und die USA dürfen dabei nur als Rückversicherung gesehen werden, statt als einziges und erstes Mittel im Sinne von, wir haben hier die USA, also wofür brauchen wir ein Militär? Polen beschreitet diesen Weg, aber von den meisten anderen NATO-Staaten ist das noch nicht ganz in diesem Rahmen zu sehen. Wie gesagt, militärische und industrielle Lehren lassen sich nicht komplett trennen, aber wir wollen uns hier jetzt erstmal auf den vor allem militärischen Teil konzentrieren. Präzisionswaffen, hat dieser Krieg erneut bewiesen, können bis weit ins Hinterland Depots, Hauptquartiere und infrastrukturelle Endpunkte angreifen. Dabei muss eine kriegsführende Nation darauf vorbereitet sein, indem sie entweder über ausreichende und effektive Abwehrmittel verfügt oder aber indem sie ihre Ziele härtet und tarnt, sowie Redundanz sicherstellt, sodass im Falle einer Zerstörung nicht die Versorgung, der Verkehr, die Kommunikation zusammenbricht, sondern Alternativen zur Verfügung stehen. Laser- und Mikrowellenwaffen werden hier vermutlich eine erheblich größere Rolle spielen, weil sie munitionsunabhängig sind, gegen Langstrecken, Raketen und Marschflugkörper wirken können sollten und zumal ihr Energiebedarf im Hinterland aus dem zivilen Stromnetz gestillt werden kann, zumindest bis zum Notfall hin. Das wiederum erhöht die verfügbare Energie zum Abschießen erheblich und erleichtert damit natürlich die Effizienz, anders als es an der Front oder in Fronten her ist. Eine weitere Sache, die überdeutlich wieder klar geworden ist, aber keine wirklich neue Lehre ist, ist, wie essentiell der Widerstand zu Wille eines Volkes ist. Ohne ihn hätte die Ukraine diesen Krieg nicht bis dato überstanden. Die Staaten müssen also an der Mobilisierung der Menschen arbeiten und ihnen einen Grund geben, für ihr Land kämpfen zu wollen. Die Statistiken aus Zentral- und Westeuropa sind ja hinlänglich bekannt, wie wenig Prozent der Bevölkerung überhaupt gewillt ist oder bereit ist, für ihr Land zu kämpfen. Eine weitere große Lektion muss sein, dass die Masse weiterhin zählt, so sehr dies auch den vermeintlichen Lehren der letzten 30 Jahre widerspricht. Denn gerade in den beiden Irakkriegen haben die USA ja gezeigt, dass sie mit numerisch unterlegenen Kräften deutlich zahlenstärkere Einheiten schlagen können. Russland hingegen droht gerade nicht wegen seiner Hightech-Waffen zu siegen, von denen hat es ja durchaus welche, sondern wegen seiner Masse. Wie es so schön heißt, Quantität hat ihre eigene Qualität. Nicht etwa Wunderwaffen, sondern die Zahl der Waffen ist weiterhin mitentscheidend. Reserven sind dabei notwendig. Das muss die klare Konsequenz sein, und zwar Reserven sowohl im Personal als auch im Material. Das heißt, die Staaten müssen wieder anfangen, Bestände aufzubauen an Fahrzeugen, die langfristig eingelagert sind, die im Konfliktfall bereitgestellt werden können. Dazu müssen sie anfangen, Personalreserven wieder aufzubauen. Milizen, ja selbst Hobbysoldaten, denn so wurden ja die Territorialstreitkräfte vor Kriegsbeginn gerne genannt, können eine entscheidende Rolle im Stoppen oder zumindest im Verlangsamen eines Gegners spielen. Dazu muss ihre Erstellung erleichtert werden und ihre Bewaffnung ermöglicht werden. Einfache infanteristische Taktiken sind nicht sonderlich schwer beizubringen. Gerade wenn sie dann auch noch mit Ortskenntnis verbunden werden, führt dies zu einer durchaus akzeptablen Effizienz dieser Truppen. Denn die Ortskenntnis bedeutet natürlich, dass sie wissen, die Ritualeinheiten, die Hobbysoldaten, die wissen, wo ein Gegner überhaupt herkommen kann, wo Fenster sind, aus denen sie beschossen werden können, wo Räume sind etc. All das Wissen lokale Kräfte, die ihre Ortskenntnis erheblich nutzen können und damit einen taktischen Vorteil selbst gegenüber gut ausgebildeten Truppen erlangen können. Sturmgewehre und Panzerabwehrwaffen sind relativ schnell beherrschbar. Nach einem Tag Training kann man durchaus eine Panzerforst erfolgreich und effizient einsetzen. Wir reden aktuell von einer Größenordnung allein auf der ukrainischen Seite von 37 Brigaden an der Front. Und dazu kommen noch einmal Dutzende Territorialbrigaden, also der Territorialstreitkräfte. In der Ukraine werden im Durchschnitt 20.000 Schuss Artillerie-Munition am Tag verbraucht. Das entspricht der Monatsproduktionsleistung der USA, zumindest bis vor kurzem. All dieses Vorbereiten, all dieses Schaffen von Reserven etc. nimmt sich China bereits seit Jahren, seit langem, zu Herzen. China tut dies. Alle in China gebauten Fähren seit Jahrzehnten sind zugleich auch für amphibische Landungen verwendbar. Das heißt, selbst wenn eine Fähre einfach nur vom Festland zu einer Insel fährt, um dort Touristen hinzubringen, ist diese Fähre so konstruiert, dass die chinesischen Streitkräfte sie für amphibische Landungen umfunktionieren können. Das bedeutet, die verfügbare Menge an potenziell im Krieg einsetzbaren Schiffen steigt exorbitant an. China trainiert seine Fischer de facto paramilitärisch. Sie werden trainiert, um als Vorposten in einem Konflikt zu wirken und lernen dabei unter anderem, wie sie per Satellitenkommunikation mit dem Militär sich austauschen können, um die Informationen, die sie sammeln, weiterzuleiten. Es muss also klar sein, dass eine Einbindung weiter Teile an Hobbysoldaten paramilitärischer Gruppen, organisierten Verbänden, ja selbst eine denkbare Vorbereitung von Schützenvereinen auf eine Mobilisierung ernsthaft angedacht werden sollte, um im Fall der Fälle das potenzielle Reservoir an Kämpfern drastisch zu erhöhen. Das muss eine Lehre aus diesem Konflikt sein. Eine weitere Lehre muss sein, dass selbst eine starke Flugabwehr kein völliges Hindernis ist, zu operieren, aus Sicht der Ukraine. Allerdings setzt Russland seine besten Flugzeuge weit hinter der Front ein. Dennoch scheint es eine Lehre zu sein, dass eine Verweigerung des Luftraums deutlich einfacher ist, als es bislang den Anschein hatte, was für die USA und den Rest der NATO ein Weckruf sein sollte. Die USA dürfen nicht mehr so selbstsicher sein, dass sie die Luchtheitschaft erringen im Konflikt mit einem Gegner, der halbwegs technologisch auf gleichem Niveau ist. Der Rest der NATO muss deutlich mehr Aufwand in Bezug auf SEAT betreiben, also Suppression of Enemy Air Defenses, weil die Ukraine zeigt, wie man selbst technologisch doch merklich unterlegen dem Gegner den eigenen Luftraum weitgehend verweigern kann. Klar ist auch, dass Drohnen wichtiger werden, in Land wie auch zur See. Dabei geht es vor allem um kleine billige Drohnen, die im Zweifelsfall kommerziell im Laden zu erwerben sind. Sie können infanteristischen Trupps, aber auch natürlich beweglichen, motorisierten Trupps etc. Mittel der Aufklärung geben, wie es unvergleichbar ist mit der Vergangenheit. Hier können selbst kleinste Trupps, drei, vier Mann, können ohne weiteres eine Drohne zur Aufklärung bei sich haben, die Ihnen auf mehrere Kilometer weit ein Auge aus der Luft verschafft. Dafür müssen Gegenmaßnahmen entwickelt werden und verfügbar werden. Aktuell führen die Soldaten beider Seiten mehrheitlich ihre eigenen infanteristischen Waffen dagegen ins Gefecht. Das heißt, sie versuchen mit ihren Sturmgewehren handelsübliche Drohnen abzuschießen, was natürlich in der Regel nicht sonderlich erfolgreich ist. Schwarmdrohnen wären eine reale Gefahr und sie müssen abgewehrt werden können. Die Rückkehr der Flugabwehrkanone scheint dabei geradezu garantiert zu sein, denn nur sie ist in der Lage, günstig gegen billige Drohnen zu wirken, während sie gleichzeitig nicht vollends nutzlos gegen andere Bedrohungen ist, also Schützenpanzer, Infanterie etc., wie beispielsweise ein Laser im Vergleich dazu. Ein Übersättigen der Verteidigung mit einer Durchmischung von billigen Elementen ist hierbei auch eine reale Gefahr, die zu einer Erschöpfung der Abwehrmittel führen kann. Die Russen schicken beispielsweise unbrauchbare Marschflugkörper, die keinerlei Präzisions verfügen, die keine Zielmittel verfügen, um überhaupt irgendetwas gut treffen zu können. Und Raketen, die schicken sie in ihren Angriffen auf die Ukraine mit, ohne dass sie einen Sprengsatz darin verbauen, weil vom Boden die Ukrainer nicht in der Lage sind, zuverlässig genug zu erkennen, ob dieses nun identifizierte, anfliegende Objekt ein Problem für sie ist oder nicht. Das heißt, hier muss klar sein, dass künftig auch eine Gefahrenanalyse weitaus wichtiger sein wird, wie beispielsweise beim israelischen Iron Dome. Dieses israelische Abwehrsystem gegen Raketen, das vor allem im Gazastreifen, gegen den Gazastreifen zum Einsatz kommt, berechnet anhand der Flugbahn, wo die aus dem Gazastreifen abgeschossene Rakete einschlagen wird. Und wenn dies irgendwo auf einem Feld ist, in landwirtschaftlichem Gelände, dann feuert sie keine Abwehrrakete ab, sondern sie erkennt, okay, diese Rakete wird eine Ortschaft treffen. Nur dann unternimmt sie einen Abfangversuch. Etwas dieser Art wird ebenfalls notwendig werden, um ein Übersättigen der Abwehr zu verhindern. Denn bis zum Einschlag kann man theoretisch nicht zwingend wissen, ob das nun eine gelenkte, anständig anvisierte Abstandswaffe ist, mit einem Sprengsatz darin oder nur ein Dummy. Das heißt, neben der Möglichkeit, ein großes Volumen an Angreifern abschießen zu können, muss man auch eine Gefahrenanalyse in immer größerem Maßstab ermöglichen. Wenn wir jetzt aber über Drohnen reden, müssen wir gleichzeitig klar sagen, dass die Wirkung von Innovationen nicht in gleichem Maße dann wieder überschätzt werden darf. Ansonsten nähert man sich beispielsweise der französischen Jeune Ecole, die im 19. Jahrhundert der Ansicht war, dass Großkampfschiffe mit der Erfindung von Torpedobooten und U-Booten obsolet geworden seien. Waren sie aber nicht. Das führte dazu, dass die französische Marine über ein Sammelsurium an experimentellen Schiffen verfügte, aber nicht über eine schlagkräftige Marine. Während Innovationen eine große Auswirkung auf das Kriegsgeschehen haben können, müssen sie nicht automatisch das Althergebrachte obsolet machen. Als Beispiel hierfür können wir den russisch-japanischen Krieg nehmen. Dabei waren es Torpedoboote, die mit einem Angriff auf Port Arthur die ersten Schäden an der russischen Flotte anrichteten und den Krieg begannen. Und während es diese neuen Mittel waren, der Torpedoboote, waren es die Großkampfschiffe, die den Krieg beendeten, nämlich in der Schlacht von Tsushima. Dort war es die Artillerie der japanischen Schlachtschiffe, die den Krieg entschied für Japan. Man sollte also nicht erwarten, dass Drohnen alles ersetzen werden, sondern eher, dass sie neue Optionen eröffnen. Dazu gehört dann auch, dass wir sagen müssen, Panzer sind verwundbar, aber dennoch unverzichtbar. Hier hat sich nichts geändert. Das heißt, Lehren können auch sein, dass das bisherige Konzept keineswegs völlig falsch ist. Panzer sind weiterhin notwendig, sie müssen nur richtig eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Helikopter. Die sind im Frontbereich sehr gefährdet, auch hier nicht wirklich etwas Neues. Das macht sie aber nicht obsolet. Es muss lediglich zu Anpassungen in Bezug auf Technik und Taktik führen. Beispielsweise größere Reichweite, beispielsweise Fire-and-Forget-Waffen. Das heißt, der Hubschrauber taucht nur kurz auf, visiert an, feuert seine Rakete ab, taucht wieder hinter einem Hügel, hinter einem Gebäude ab und muss nicht den direkten Kontakt zum Ziel aufrechterhalten, weil die Waffe, weil die Rakete dies selbstständig tut. Große Schiffe sind gefährdet. Auch das können wir als Lehre aus diesem Krieg ziehen. Allerdings ist das auch nicht wirklich etwas Neues. Denn wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie weit die Versenkung der Moskwa vielleicht auf russische Versäumnisse zurückzuführen ist. Ich habe in den Lageberichten zum Ukraine-Krieg ja auch gesagt, als Beispiel mal genannt, dass die Israelis beispielsweise beinahe ein Schiff gegen die Hisbollah verloren haben, weil sie schlicht und ergreifend nicht davon ausgingen, dass die Hisbollah über Antischiffsraketen verfügt und daher ihre Flugabwehr an Bord dieses Schiffes ausgelassen haben. Wenn also die Russen auf der Moskwa möglicherweise einfach ihre Abwehrmittel nicht genutzt haben, sollten wir das auch nicht jetzt im Sinne der Jeune Ecole falsch interpretieren, dass große Schiffe automatisch jetzt überholt seien, nicht mehr nutzbar gemacht werden können. Eine weitere große Neuerung, die zugleich Lektionen mit sich bringt, ist die Wichtigkeit von zivilen Anbietern von Privatunternehmen im Bereich Aufklärung und Kommunikation. Die Ukraine nutzt in großem Stil kommerzielle Anbieter von Satellitenbildern zur eigenen Aufklärung und die Wichtigkeit von Starlink sowohl für die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte als auch für die Steuerung von Drohnen ist inzwischen hinlänglich bekannt. Die Chinesen lernen bereits daraus und arbeiten bereits an Gegenmitteln gegen Starlink, um eine Nutzung von Starlink gegen sie zu verhindern. Hier muss klar sein, wie abhängig die Ukraine von solchen zivilen Anbietern ist. Es müssen also Gegenmittel entwickelt werden, sogenanntes Counter-Counter-Measures, also Mittel, um die Gegenmittel eines Gegners zu bekämpfen und die Nutzung von zivilen Anbietern weiterhin zu ermöglichen. Gleichzeitig muss natürlich eine Lösung gefunden werden, dass die Abhängigkeit von zivilen Anbietern nicht alleine von deren Wohlwollen abhängig ist. Das heißt, es müssen vor Beginn des Krieges Verträge geschlossen werden mit Vertragsstrafen, mit Konsequenzen, vielleicht mit internationalen Absicherungen, mit Möglichkeiten gegen die Unternehmen vorzugehen, wenn sie vertragsbrüchig werden etc. Denn nicht jede Nation kann sich eine eigene Satellitenaufklärung leisten. Dabei auf kommerzielle Anbieter zurückzugreifen ergibt durchaus Sinn. Aber es kann natürlich nicht sein, dass der Anbieter einer solchen kommerziellen Ausrüstung über Nacht mal entscheidet, er stelle das System jetzt ab, völlig egal, ob bezahlt wird oder nicht. Hier wird eine Lektion zu Lehren sein, wie man künftig mit diesem Problem umgeht. Eine wichtige Lehre wird sein, was die infanteristischen Fertigkeiten angeht, der Häuserkampf. Der hat sich als deutlich herausfordernder erwiesen als gewohnt. Denn gewohnt waren westliche Streitkräfte in den letzten 30 Jahren nicht staatliche Akteure. Im Ukraine-Krieg spielte er eine geradezu entscheidende Rolle, weil die Kämpfe sich vor allem um Ortschaften drehen. Alleine das Erreichen der Stadt ist nun bereits eine Herausforderung. Anders als im Kampf gegen Aufständische kann man mit einem Gegner rechnen, der mit Waffen mit großer Reichweite auf einen schießt. Das heißt, einen schon beim Annähern an die Stadt bekämpft. Dies war bei Aufständischen nicht so. Dort begann der Kampf, sobald man in die Ortschaft eingedrungen ist. Im Häuserkampf wird man im Kampf gegen gleichwertige Gegner nun auch damit rechnen, dass die unterirdische und die Luftdomäne umkämpft sind. Das war in den Häuserkämpfen der letzten 30 Jahre weitestgehend anders. Kämpfe involvieren nun auch Hochhäuser. Das sehen wir in der Ukraine. Das ist in den meisten Trainingsszenarien Mangelsmöglichkeit nicht vorhanden. Die allermeisten Trainingsdörfer haben 2-3 Stockwerke in ihren Häusern. Eines davon hat 10, 20, 30 Stockwerke. Das ist aber in der Ukraine eine Realität und bedeutet für den Verteidiger deutlich größere Möglichkeiten, aus unterschiedlichen Winkeln zu wirken, aus deutlich mehr Positionen zu wirken etc. und ist damit eine große Herausforderung für den Angreifer. Und gleichzeitig die Option, die der Verteidiger hat, die muss natürlich entsprechend genutzt werden, was eine notwendige Ausbildung erfordert. Ein massiver Einsatz von Mörsern mit Luftaufklärung. Auch hier kommen wieder die Drohnen natürlich zum Einsatz. Durch beide Seiten benötigt eine permanente Tarnung gegen Beobachtung von oben, auch in Ortschaften und auch für Fahrzeuge. Das ist ebenfalls eine sehr wichtige Sache. Selbst ein Schützenpanzer 2 Kilometer hinter der Front muss abgetarnt sein, sonst droht er vernichtet zu werden. Die Russen machen das bis heute noch nicht in ausreichendem Maße und bezahlen dafür einen hohen Preis. Die Kräfte sind deutlich leistungsfähiger, auf die man trifft, als wieder mit den Erfahrungen der letzten 30 Jahre. Sie sind auch flexibler, während sie gleichzeitig aus einem Mix bestehen, mit erheblich unterschiedlicher Qualität. Es gibt Elite-Truppen und daneben gibt es Freiwilligenverbände und Polizei. Es kommen Söldner und Milizen hinzu, was alles mit sich neue Herausforderungen bringt, weil das Fertigkeiten-Mix des Gegners viel, viel schichtiger ist, als es wieder im Kampf gegen Taliban oder irakische Aufständische oder Ähnliches war, die weitestgehend auf irgendwelche Elite-Truppen verzichtet haben und qualitativ sich mit westlichen Truppen nicht messen konnten. Wenn beide Seiten nun plötzlich versuchen, die Kommunikation des Gegners aktiv zu stören, wird Häuserkampf wegen seiner großen Herausforderungen nun noch schwieriger. Auch das muss eine Erfahrung sein, denn die Kommunikation im Häuserkampf, die ständig unterbrochen wird durch bauliche Hindernisse, wo man den Sichtkontakt unmittelbar verliert, die ist natürlich, da ist die Kommunikation unter den Einheiten, zur Abstimmung, zur Koordination und zur Verhinderung von Friendly Fire, aber auch die Kommunikation mit den Führungseinheiten extrem wichtig. Und hier muss damit gerechnet werden, dass der Gegner alles versucht, einen aktiv in der Kommunikation zerstören und darauf müssen sich Streitkräfte vorbereiten. Generell wirkt es so, als müsse ein enormer Fokus auf den Häuserkampf gelegt werden, weil er in diesem Krieg nicht die Ausnahme ist, sondern eher die Regel. Militärisch, aber auch ein Stück weit politisch ist die Lehre, die man aus diesem Konflikt lernen kann, dass man einem Gegner keine Zeit geben darf, aus seinen Fehlern zu lernen. Die ukrainische Niederlage 2014 war verheerend, ohne die Ukraine als Ganzes zu besiegen. Die Ukraine hatte also acht Jahre lang Zeit, die notwendigen Lektionen daraus zu lernen und Russland zahlt nun den Preis dafür. Wäre Russland, hätte Russland diese Invasion, die es jetzt durchführt, bereits 2014 gemacht, so wäre der Krieg definitiv bereits entschieden. Stattdessen wird nun darüber diskutiert, unter welchen Bedingungen die Ukraine gegen Russland siegen kann. Kommen wir zu den industriellen Lehren. De facto ist der Industriekrieg zurück. Anders kann man dies nicht bewerten. Wenn ein Staat sich in einem Konflikt wiederfindet, wie jetzt im Ukraine-Krieg, dann sind die Produktionskapazitäten, die er hat, absolut überlebensnotwendig. Das heißt, wie viel Großgerät kann er produzieren, wie viele Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artilleriegeschütze, eventuell auch Flugzeuge, aber auch, wie viel Munition kann er produzieren. Diese Produktionskapazitäten können allerdings nur bestehen, wenn sie durch laufende Neubestellungen erhalten werden oder durch Subventionen gestützt werden. Wenn der deutsche Steuerzahler also nicht bereit ist, mit seinem Steuergeld große Rüstungsfirmen zu unterhalten, permanent zu subventionieren, dass diese riesige Fabriken aufrechterhalten, mit Personal darin, was den ganzen Tag nichts tut, weil keine Aufträge da sind, aber eher dafür bezahlt, dass diese Leute dort sind, dann bleibt als einzig denkbare Alternative eine Erleichterung des Exports. Saudi-Arabien wollte in Deutschland Leopard 2 Kampfpanzer kaufen. Deutschland hat dies aufgrund der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien abgelehnt. Das Resultat war, dass das Königreich am Golf Kampfpanzer in den USA bestellt hat, M1 Abrams, ebenfalls moderne Kampfpanzer. Am Ende hat der Staat, hat Saudi-Arabien, dennoch moderne Kampfpanzer erhalten, mit dem Unterschied, dass die Profite für den Verkauf in die USA geflossen sind, statt nach Deutschland, und dass die Produktionskapazitäten, die Fertigungsstraßen, in den USA tätig waren, nicht in Deutschland. Hier muss schlicht sich ein Staat irgendwann die Frage stellen, wie er die Problematik angehen will, dass Produktionskapazitäten bestehen müssen. Die einzige denkbare Alternative dazu ist wohl, dass so viel eingelagert wird, und zwar nutzbar eingelagert wird, das heißt mit Unterhalt, mit Klimatisierung, etc., mit Wartung, was also kostet. Es muss so viel eingelagert werden, dass das Hochfahren der Industrie abgewartet werden kann. Und das Hochfahren der Industrie wird Jahre dauern. Das sehen wir gerade jetzt in allen Berichten, die wir hören. Das dauert Jahre, das heißt, ein Konflikt wird vor allem, wenn keine großen Produktionskapazitäten bestehen, wird er vor allem aus den Lagern bedient werden. Hier hat die deutsche Presse verlautbaren lassen, die Bundeswehr habe Munitionsreserven für zwei Tage gefecht. Dies müsste also erweitert werden auf drei Jahre oder mehr. Das ist die einzig denkbare Alternative dazu, die Industriekapazitäten permanent zu subventionieren und aufrechtzuerhalten. Die Rüstungspolitik muss darüber hinaus auch bedenken, was es an Möglichkeiten gibt, wo Probleme entstehen für im Bezug der Weigerung einer Weiterleitung oder Lieferung. Wenn Deutschland oder wenn sich ein Staat, das ist generell natürlich eine allgemeine Lehre, wenn ein Staat sich mit Rüstungsgütern eindeckt, die bezüglich Munition oder Ersatzteilen davon abhängig sind, dass ein anderer Staat ihnen dies liefert und dies nicht garantiert ist, weil der Staat politisch sich umentscheidet oder weil der Staat sich auf Neutralität beruft und im Kriegsfall eine Kriegspartei nicht unterstützen will, so ist das Gerät nahezu nutzlos. Es hilft nichts, wenn Kriegsgerät im Friedensfall funktioniert, aber dann, wenn es wirklich notwendig ist, wenn es mehr gut ist, als auf einer Parade schön auszusehen, sondern wenn es seinen eigentlichen Zweck erfüllt, die Existenz eines Staates zu retten. Wenn es dann keine Munition mehr erhält oder keine Ersatzteile, weil der andere Staat sagt, nee, wir mögen nicht, was ihr da macht oder nee, wir sind neutral, wir können keinen Staat, keinen anderen Staat, der gerade Krieg führt, Krieg führt, mit Munition unterstützen, dann muss die Politik darauf reagieren und die Beschaffung von Munition entweder an eine andere Instanz umdisponieren, sie muss woanders einplanen, in einem Staat, der ihm zufällig, zuverlässig auch im Kriegsfall liefert oder die Produktion muss lokal sichergestellt werden. Das sind ganz wichtige Lehren, die man hier in diesem Konflikt gesehen hat. Das letzte war natürlich die Bezugnahme auf die Gepard-Munition. Dieses Drama haben sie ja alle verfolgt, dass dort die Munition nicht geliefert wird. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei dem Sponsor CyberGhost VPN bedanken. Wir alle wissen, dass wir eigentlich ein VPN benutzen sollten. Warum daher nicht CyberGhost? Ich habe es ausprobiert, es funktioniert wirklich. Es ist einfach zu bedienen, auch das kann ich bestätigen und es schützt Ihre Daten beim Surfen für nur 2,03 Euro im Monat bei einem 24-Monats-Vertrag, zu dem Sie ja zusätzlich noch einmal vier Monate extra erhalten, wenn Sie den Link hier unten benutzen. Die ersten 45 Tage haben Sie dabei ein Rücktrittsrecht, sodass kein Risiko für Sie besteht. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie einen Daumen hoch hinterlassen. Hinterlassen Sie Kommentare. Was habe ich vergessen? Wo liege ich falsch? Ich behaupte hier nicht, ausdrücklich nicht, die ultimative Abhandlung aller denkbaren Lehren zu Ihnen zu präsentieren. Ich ziehe raus, was ich sehe, was man bereits daraus lernen kann. Ich habe garantiert etwas vergessen. Ich werde auch Fehler gemacht haben. Unzweifelhaft, schreiben Sie es in die Kommentare. Hinterlassen Sie Ihre Meinung, diskutieren Sie mit anderen. Wir werden anschließend vielleicht alle etwas ein Stückchen schlauer sein. Dieser Kanal ist nur möglich durch die Unterstützung von Zuschauern wie Ihnen. Von daher vielen herzlichen Dank an alle, die den Kanal bereits unterstützen. Wenn auch Sie unterstützen möchten, Sie wissen es, die Möglichkeiten dazu sind in der Beschreibung. Und wenn Sie das erste Mal hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren. Vergessen Sie nicht, die Glocke anzuklicken, dass Sie künftige Videos nicht verpassen. Hier gibt es regelmäßig Lageberichte zu den Entwicklungen im Ukraine-Krieg von der Front mit langen Frage-Antwort-Runden, was die entsprechende, damit zusammenhängende Thematik angeht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Kanal mit Freunden und Bekannten teilen würden. Das war es soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle herzliches Dankeschön an die Mitglieder des YouTube-Kanals sowie an die ganzen Patreons, die den Kanal beständig Monat für Monat unterstützen. Im Besonderen ein Dankeschön an den Patreon-Oberstleutnant Neil Highland, den Patreon-Leutnant Dekunjo und den Patreon-Leutnant Dr. Knut Brandes. Dekunjo